so ein bisschen konga verbreitet fällt mir mal nicht sein was da rein bisschen konga verbreitet hunger und sorgen da schließt sich keiner mit an unfair so schauen wir mal ok dein team 20 gegner team 17 wo schmeiß ich mich da mal raus junior hast ne idee wo ich mich rausschmeißen soll ja in der zahne schauen wissen die ok retail land da oben und schieß mich mit einer kanone runter ok beneinzig ist da bei mir geht das spiel wieder mal nicht hallo juhu controller reagiert nicht doch jetzt geht es wieder habe ich irgendwie seit ein update öfters mal dass der controller nicht funktioniert komisch so schauen wir mal ob wir da ein paar gegner finden alles ruhig zu ruhig für mein geschmack also da irgendjemand schon gelootet ok es leckt ok es leckt man weiß ja nie Ich bin gespannt, ob die da unten einen Automaten haben. Oder nicht? Da, mein... Es ist keiner. Schauen wir hier noch nach. So. Reppler? Nöööö. Hier oben ist auch nichts mehr. Ich hätte viel lieber ein normales Sturm als ein schweres. Aber wir befinden uns heute nicht bei sie wünschen, wir spielen leider. Wernst du noch? Was macht denn der? Was hat denn der da für ein Problem? Übrigens, Granatenwerfer, dann tauschen wir mal Violett gegen Blau, umgekehrt, Blau gegen Violett. So, erste Runde heute, mal schauen, wie ich mich mache, ob ich da überhaupt jemanden oder irgendetwas treffe. Zack, so, den ersten hab ich mal, schön von hinten, ich weiß den ein oder anderen wird's mal nicht gefallen, aber egal. Okay, der hat perfekt ihn gebläst. Theoretisch müssten da ja irgendwo Gegner sein, sind ja noch 15 im Spiel. Den einzigen, den ich bis jetzt da gefunden hab, hab ich auch abgeknallt. So, dann machen wir mal einen kleinen Tausch, Schwersturm gegen Sturm. Ist bei uns ein Team. Ja, wo sind denn die alle hin? Ja, wo sind denn die alle hin? Ist das ne gemütliche Runde? Keine Gegner. In der Zone bin ich auch schon. Aha. Okay. Warte mal, Bananenkopf, ich komm schon. Ja. Warte mal, Bananenkopf, ich bin jetzt wieder mal. Ja. Warte mal, Bananenkopf. Warte mal, Bananenkopf. So, Nummer 2, wo ist denn der Dritte? Da hat ja vorhin einer auf mich geschossen, ja, so, Nummer 3, jetzt habe ich meinen Bananenfreund, zack, nein, 96er, warte mal, ich flieg mal schnell rüber, zack, guten Tag. Okay, ich flieg zu ihm, er flieg zu mir. Da war ich mal etwas daneben. Okay. 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 So, Nummer 5. Okay. 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 so mal schnell den granatenwerfer nachladen 19 zu 14 ja wo seid ihr denn hallo leute absnipen gilt das nicht hey langsam da freundchen da bist du zack und weg ist er ach wie lieb die bringen mir sehr moni vorbei ach komm nee letzte sekunde so happen ja dann spring du nur naja immerhin neun habe ich nicht die beste leistung ausreichend für mich die musik macht mich dann ganz also schauen wir mal nach 768 eb das geht eh er reimt sich sogar so starten wir noch eine runde übrigens habt ihr da auch das problem dass er bei euch gruppen keile egal auch teams und so auf auffüllen mittlerweile immer automatisch ist ich finde es total bescheuert jetzt mal eigens reingehen müssen auf von auffüllen auf nicht auffüllen rum ändern crash de nahr 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 katar Versuchen wir, ah ok, ich wollte gerade sagen, versuchen wir das Glück beim nächsten, von wegen, der kommt auch nicht. Ah, wo wird denn die Zone jetzt hingehen? Retail ist eigentlich immer so optimal, mehr oder weniger, was die Retail, weil es genau mittig ist. In letzter Zeit hatte ich oft die Zone entweder Sunny Steps oder Lucky. Genau, wenn ich sage, befindet sich die Zone genau in der Mitte von der Karte. Was für ein Glück. Komm, goldene Ska, ne, von wegen. Nichts. Ok, das ist die neue Waffe, die habe ich überhaupt noch nie probiert. Bis jetzt habe ich da auch keine schlechten Erfahrungen mit hergemacht, dass mich da Leute gekillt hatten. Deshalb, ich glaube mal, die ist nicht so heftig. Zumindest traue ich sehr halt weniger zu. Ein Automaten, ganz für mich allein. Gibt es denn da? Bump, Sniper. Dann nehmen wir mal den Pump. Dann nehmen wir mal den Pump. Okay. Okay. Spiel leckt. Super. Normalerweise habe ich da eigentlich wenig Probleme in Fortnite. Aber kann ja sein wegen den Turnieren. Ich glaube heute sind ja Turniere. Ich habe da nicht drauf geachtet. Mir kam vor, dass ich da vorhin was gelesen habe über Turniere und so weiter. Ping hätte ich zu. Ja neuner Ping. An der Verbindung liegt es mal nicht. Schauen wir mal nach, ob wir da noch ein paar Waffen finden. Der Gleiter interessiert mich mal weniger. Überhaupt da ich schon in der Zone bin. Ich schreck mich noch mehr. Kein Muni für den Granatenwerfer. Kann ich immer gebrauchen. 18 habe ich hier. Neu 16 kann ich mitnehmen. Ich dachte 18. Haben sie es geändert? Oder habe ich da ein schlechtes Gedächtnis? Schon? Da waren doch mal 18, oder? Ja, hier hat keiner gelootet. Sind die ganzen Kisten noch zu? Zack und rein in der Salle, oder? Zumindest zutrauen würde ich es. Mehr. Neu. Oh, ne kleine, kleine Falle. Dann wechseln wir mal. Doppelpistole auf grüner. Dann machen wir einen kleinen Tausch. In der Hoffnung, dass da irgendeiner hingeht. Okay, ich habe da irgendjemand gehört. Okay, die sind aus meinem Team. Also, keine Panik. Schatzkarte brauche ich nicht. Tja, Gegner habe ich bis jetzt noch keinen einzigen gesichtet. Es steht momentan über 19 Spieler in unserem Team. 15 im Gegner im Team. Okay. Tja, wenn der da in der Dinger reinschaut, im Bauplan, benutze ich mal das Hoverboard. Juhu! Hoverboard und ich sind zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Nee, scheiße, zu Spack gewechselt. Auf jeden Fall, Team-Mate hatten wir noch gekriegt. Ups, ich hab mich selbst mitten im Kanal verabschiedet. Ich wollte den Gegnern eine Chance geben. Perfektes Timing, der baut sich ein. Ich glaub, sein Team-Mate war ziemlich froh momentan. Der ist schneller raus als mir rein. Der ist schneller raus als mir rein. Hey, langsam da! Böse! Tante! Oder SCHW-Tante! Nee, 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 nee! Baumeister Ultra 5000 Plus! Ich bin der Bauinspektor! Nicht sorgfältig gebaut! Arbeitssicherheit! Siehst du, wie du runterfällst? Ja, natürlich kommt so ein Vogel daher! Pim-Pam-Pum! Und legt mich um! Dann könnten die auch meinen Freunden knieknacki nah bei Sacki rufen! Du schon wieder! Entweder habe ich das Glück immer den gleichen zu treffen, was ich eher bezweifle. So! Na, du schon wieder! Nein, nein, nein! Warte mal! Ich muss nachladen! Unfair! Ah! Pam! Pim! Pum! Ha! Habe ihn gekriegt! Heheheheh! Ey! Oh! Langsam! Mooney, 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 Mooney! Für einen Granatenwerfer. Ey, ey, ey! Und du schon wieder! Warte mal, ich muss nachladen. Scheiße. 5000 Munitionen raus. Pim, Pim, Pim. Kommt rein. Puff. Erledigt. Früher gab es noch einen Stubenhocker. Heute gibt es die Baumhocker. Die Baumhaus. Die Baumhaus-Profis. Was ist denn? Alle erledigt. Unfair. Killstealer. Oh. Die lassen da alle Muni liegen, eigens für mich. Für meinen Granatenwerfer und mich. Warte mal, schnell nachladen, bevor... Da wieder mal einer kommt. Nö. Ach. Du dickes Ei. Auf jeden Fall einen habe ich gekriegt. Momentan bin ich bei 10. Dank meines Freund und Hilfers, den Granatenwerfer. Hallo, wo gehst du? Nö. Lass das. Ahahaha. Weg ist er. Kuckuck. Wo ist denn da einer mit dem Hoverboard? Da unten. Nö. 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 Wo bist du denn? Nö. Hinter mir. Scheiße. Unfair. Ich bin da mit dem Controller am Start. Ich bin schätzend aus. Boah. 67. Stirbst du auch hier im Gwendo? Wo ist er denn? Warte mal. Nicht schießen. Ich muss nachladen. Unfair. Er wartet auch noch. Ach. Da bist du. Ich komm mal. Hau. Nö. Was? Was? Naja. Immerhin 12 habe ich. Zielgenauigkeit von 19. Jaja. Geht schon. Ich bin da. nicht so noch eine runde und dann werde ich mich langsam langsam einfach schützen schauen was da in tv ist hallo bananen split hallo machen wir einen kleinen konga 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 zu dritt konga 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 in den habe ich gefunden der damit spielt konga 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 now Naja, ausgekongackt, hat sich. Gekongackt. Gekongackt. Gekackt. Ausgekongackt. Kein Kognackt mehr heute. Nur mehr Whisky. So, komm, blend mal die Zone ein. Na super, ich wollte Shifty. Dann düß ich mal. Wie soll ich das da unten nennen? Lazy Lagoon. Gefällt mir von Namen her nicht. Mir fehlt da immer noch Lazy Links. Das fand ich geiler. Also Lazy Links gefiel mir eigentlich ziemlich gut. Vermisse ich irgendwie. Da wäre mir eigentlich lieber gewesen, wenn sie da hauntet. was Neues rein gedonnert hätten. Ja, aber nicht. Ja. So, Grappi, Grappi. Und Grappi. Das schlängchen springt. Mal schauen, ob da... Sind die Goldküsten noch da unten drin? Doch. Was? Du schlängst da aus, wie Holzwand, wenn ich Kammachs rausgebrachte. Was mach ich? Du schlängst da aus, wie Holzwand, wenn ich Kammachs rausgebrachte. Ja, weil dahinter noch eine ist. Ja, da hätte ich mal aus, wenn ich hinten aufgemacht habe. Da gibt es keine Reidenfolge, wie man die Kisten aufmacht. Und wenn ich zuerst noch pinkeln will und dann die Kisten aufmachen, dann geht Schlangi und ich pinkeln. Und dann öffnen wir die Kisten. So rumläuft der Hase. Schlangi! Übrigens, ich habe noch keine Waffen, die da irgendwie brauchbar sind. Okay, Schlupfe, lass ich mal hin. Brauche ich ja nicht. Wupp. Hey! Zick! So, schauen wir mal da nach. Ich war überhaupt... Zum guten Glück habe ich da einen Falschirm. Ich war da noch nicht drin. Junior, warst du schon? Also... Ich auch noch nicht. Also ich finde generell die Dinge... Also mein Geschmack ist der Block nicht so. Wer der was baut. Okay, tauschen wir mal das mit dem. Wo bist du? Warte, da ist so ein Lärm. So ein Ding. Ist noch mein Team übrigens. Dann bräuchte ich noch ein Maschinenbüßtölchen. Heute spielen wir sie. Wünschen, wir spielen. Eine P90 wäre mir lieber, aber egal. So rum passt's auch. Wupp. Übrigens, normal tanzen ja die Fische. Okay. War ja ein Versuch wert, kann ja sein. Wäre lustig, wenn die da auf dem Tresen anfangen zu tanzen. Stell dir mal das vor. Vier Fische. Ja, vier Fische. Auf dem Tresen, die da tanzen. Ach, in der Zonne bin ich ja. Bist denn da oben? Nr. 2. Okay. Komm ich da rauf. So. Andere Leute nutzen die Treppe. Ja, super. Sniper. Aber auf Schall gedämpfte Sniper stehe ich nicht so. Wieso habe ich da Schaden? Habe ich da angestaltet? Ja, du hast den Polis von der Klammer. Okay. Suite Nummero 3. Nee, mag ich nicht. Ich nehme da schon Penthouse. Oh. Ich habe ja vorhin gesagt, ich hätte lieber eine P90. Momentan sind ein Gegner-Team, zwei Spieler mehr. Ich habe noch keinen Gegner gefunden. Ich bin da ganz selten ruhig und gemütlich am Looten. Tanzt er ja? Ich habe da einen gehört. Wo bist du hin? Whistle, dann. Ich höre dann hin und her gehen. Juhu. Kucku. Hallo. Mein Fallschirm geht nicht auf. Scheiße. Mein Fallschirm ist nicht aufgegangen. Kacke. Hey, wir... Ich... Juhu. Juhu. Tja, der alte Fuchs. Ja, langsam, Freundchen. Ich bin ja bei dir im Team. Schieß der Scheißer auf mich da. Sind die im gleichen Team. Zick und weg ist er. Ich habe ihm zwar einen Zeh weggeschossen, aber er ist auch ein verblutet, der Arme. Nö. Gut, mit der P90 auf der Entfernung. Äh, äh, äh. Äh, 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 blubububuubu. Äh, äh, äh. Scheiße. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh. HALP! Ich muss meine Waffe wechseln. Äh, Astronaut. Du musst in die Luft drauf, nicht hier unten rumeiern. Sonst hält dir de... dein Space Shuttle ab. Böse, Mann, jetzt lande ich nicht mehr bei denen, jetzt reicht es mir. Na, warte mal. Komm mal raus Astronaut, Arschonaut, Arsch mit Kraut, bist du Arsch mit Kraut, komm mal ein wenig raus, lass dich snipen, also das meint ihm. Dann lass dich mal den alten Meister proper da in Ruhe. Ich hab nen No-Scope auf die Wand gemacht. Hey, bleib mal stehen, Juhu, nein, unfair. Die haben davor getäuscht, dass sie flüchten und drinnen wartet die eine Tante und ballert auf mich. Ah, die Runde wird nichts schlaues werden. Ich hab erst vier Kills. Kuckoo, Kuckoo! Der wär ganz konzentriert, so wie ich immer, wenn er einen Gegner sucht. Zeck! Nee, verpasst. Ah, Juta! Hallo Arschonaut! Nee, nicht schon wieder! Mit dem Raketenwerfer. Schießt er mich auf den Mond. Ding, ding! Oh, 33! Extrem schlechte Runde, naja. Zielgenauigkeit von 14. Hatte ich schon mal Besseres, aber egal. So Leute, ich wünsche euch mal ein schönes Wochenende und wir sehen uns demnächst wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss! Iñaka,! Ich wünsche euch mal Einbornung. Läser vielleicht recht gut, neugאige ich und stein, handippe ich, Pord,